Das Immunsystem ist wichtig. Wie kann ich es stärken? Nummer 1. Öfter küssen. Ja, denn so kann unser Immunsystem besser lernen, welche Erreger es bekämpfen muss. Die Keime des Partners schulen unsere Abwehrkraft. Nummer 2. Mehr Lachen. Die Abwehrkräfte funktionieren besser, wenn wir uns gut fühlen. Forschungen haben gezeigt, dass Lachen den Gehalt von Immunglobulin im Blut ansteigen lässt. Ein Grund mehr, mal Quatsch zu machen, einen witzigen Film zu sehen oder sich gegenseitig zu kitzeln. Ist ja für die Gesundheit. Nummer 3. Genügend Schlaf. Ausgeschlafen funktioniert unser Immunsystem besser und auch der Stress der Krankheiten fördert, wird abgebaut. Versuchen Sie mindestens 7 Stunden Schlaf zu bekommen. Nummer 4. Bewegen. Regelmäßige Bewegung wie Laufen oder Schwimmen aktivieren Killerzellen unseres Immunsystems. Wer mehrmals joggt, wird seltener krank und leidet weniger, wenn es ihn doch mal erwischt. Nummer 5. Häufig lüften. Mindestens 3-4 Mal am Tag für 10 Minuten Stoßlüften. Virenbelastete Luft wird so ausgetauscht und die von außen kommende, feuchtere Luft nimmt Viren auf und lässt sie absinken. Das Immunsystem ist wichtig. So kann ich es stärken. Von Ihrer BIC direkt gesund.